Herzlich Willkommen zu Might and Magic 10. Wir haben den Schlüssel zur verschollenen, verbotenen Stadt, in der es dunkel ohne Ende immer noch ist. Ja, ihr seid alte Geldgeile. Das ist eine Geldgeile Gruppe hier. Hm. Ja, also das nächste Mal brauchen wir unbedingt Licht. Ein Lichtzauber. Warum sagt mir denn das keiner, dass man hier ein Lichtzauber braucht? Oh. Oh, 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 oh. Endlich ein bisschen Gold, ne? Wir bräuchten einen Rober. Wäre besser. So, ähm, zwei, äh, ja, schon. Trennen wir uns jetzt endlich von dem, weil die braucht einen anständigen Hut. Egal, wie es mit der Lichtmagie aussieht, oder? Die braucht, die ist eine Paladinin. Das ist hier der Hut für einen Paladin. Das ist so, da nützt ja nix. Gut, das kann weg. Langsam kommen wir in... Langsam braucht man ein Backpferd, ne? Ein kleines Backpferdchen wäre nicht schlecht. Hier noch was? No. Wir haben zwei Möglichkeiten. Nehmen wir mal die obere Möglichkeit. Speichern natürlich noch mal. Da ist schon jemand. Hallo! Oh, das sind viele. So, auf geht's. Schießen wir in der Dunkelheit. Jetzt ist ja echt schlimm hier. Mit der Dunkelheit, oder? Was sagt denn ihr? Ähm, als erstes... Nehmen wir mal nach! ...bekommt ihr das drauf. Dann, na? Haha, da sind wir jetzt. Was können wir machen? Was denkt ihr? Achso, halt. Ja, wieder den Falschen getroffen. Oh, der war gut. Wow! Ja, die flankieren uns jetzt, ne? Wir hätten... Wenn wir das jetzt nicht schaffen, beim nächsten Mal hier rein, hätten wir gesollt. Dann könnte uns niemand flankieren. So was müssen wir das nächste Mal wirklich schauen. Na? Na, im Fernkampf werden gesteigert. Äh, dann... ...schnell den... ...aber äußerst schnell. Mist. Aber äußerst... ...schnell. Hm, ne, wartet. Wir nehmen den anderen Miliz-Hauptmann, oder besser den Räuber. Elite-Räuber, ne? Ah! So, ähm... Wieso hat die denn denne getroffen? Den hier drüben? Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ah, dat. Jetzt aber. Okay. So, der ist bald hin. Ja, da. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. I'm a little busy right now. Hm. Ich sehe es. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich sehe es. Heiei, heiei. Hm. Hm. Die Vendolin ist nicht mehr betäubt. Puh. Puh. Wie laden die noch? Die kann noch mal. Ja, ich glaube, das müssen wir noch mal schladen. Eventuell. Eventuell. Ich muss das noch mal geladen werden, aber lauter Eliten, ne? Ja, klar. Was sonst? Ähm, du brauchst einen Schluck. Abgewährt ist gut. Warte mal, du machst deine Schatten. Oh, du machst gut Schaden jetzt. Du machst echt gut Schaden, Meisterkämpfer. Ähm. Da haben wir jemanden, der vergiftet ist. Bansch. Wen haben wir? Das ist gut. Lieber wären wir es eigentlich gewesen. Äh, blöd. Warte mal, du musst dich erst entgiften. Gut. Fein. Wenn du zuhaust, dann haust du gut zu. Äh. Du hast nichts mehr. Nimm noch mal. Einen kleinen. Ähm. Mist. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist. Mist. Ne, wir brauchen den. Und tschüss, mein Freund. Äh, du, ja. Hau weiter drauf. Ähm. Das ist nicht schlecht. Und damit wär's das. Ja, also, ne? Wir müssen strategisch günstiger uns stellen. Auf alle Fälle. So, und dann müssen wir vor allen Dingen mal steigern. So, jetzt. Was haben wir gesagt? Seine Vitalität steigern wir mal, ne? Egal. Wenn wir uns mal um seine Vitalität kümmern. Dann. Könntest du mal zu machen? So. Dann du. Was du? Bist gar nicht. Gar nicht aufgestiegen? Gut. Ähm. Dir. Hm. Ich hab gemerkt, du bist gar nicht so schlecht. Deine Magie sollte ein bisschen gesteigert werden. Und du? Du bist ja der absolute Zaubermeister. Gut. So, was haben wir noch dazu bekommen? Wir hätten noch eine leichte Rüstung im Angebot. Die ist deine Wolle, aber du hast keine Rüstung. Okay. Leichte Rüstung brauchen wir, ne? Was haben wir hier? Einen Ring, den wir auch nicht brauchen. Zwei Rüstung. Ja, du hast schon einen besseren, ne? Und du ja auch, oder? Ja. Und hier haben wir noch... Sechs bis acht ist ja der absolute Wahnsinn. So, aber hier haben wir noch was. Brauchen wir auch nicht. Okay. Okay. Speichern. Warum bist du nicht voll aufgeladen? Weißt du auch nicht, ne? So. Ist hier noch jemand? No. No problemo. Ja, ich glaub, die waren einfach zu stark für uns, die anderen, ne? Hier geht's ja wieder, muss ich sagen. Obwohl wir ja auf Hard spielen. Ähm. Ich hab... Das sind manche mal... Das sind so Gegnergruppen, die sind richtig schön stark. Aber das ist ja auch gut. Aber das, was da so rumgekrauchelt ist, das war auf alle Fälle viel zu stark für uns. Hier ist eine Tür. Kommen wir nicht durch. Hier? Hier. Hier? Ein bisschen... Ein bisschen fehlt mir mein Kengi, trotzdem, ne? Hier geht's auch nicht durch. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel. wenn schon dran steht schlüssel schlüssel ist das ein zauberer bei mir hat man nicht kein zauberer doch doch er zauberer er will ganz schön der will sich mit uns anlegen bitte bitte kein problem machen mit dir was macht denn der neuen fernkampf steigern ja schön ein bisschen besser haut dazu oder ach so wir hätten hier reingesollt wir kommen nicht mehr rein wir kommen nicht mehr rein schatten umhang besser ist es gut aus und ja das macht unsere meisterin hier dann lieber auf den mal schauen abgewehrt abgewehrt ist mehr als blöd oder macht das die nein macht sie nicht das das sieht ja übelst aus tja das ist warum ich hier nicht hier rein bin ich muss einfach nur mal auf die karte hier schauen dann sehe ich die punkte na versteht die problematik nehmen wir trotzdem noch mal den schatten mal ach so ich bin doch doof so der kann mit einem kleinen zaubertrank geheilt werden ne das ist schon traurig obwohl ich habe doch jetzt vitalität dem gegeben ohne ende oder warum hat denn der seine lebenskraft nicht erhöht so weiter machen wir erst den zauberer ist ist vielleicht besser wenn er nur treffen wird wäre ja nicht schlecht tja dann müssen wir wieder ewig schau mal hin wir haben 20 oder 15 hatten wir hier mhm wahnsinn wahn ach ich mache es immer wieder naja ist ja gut mhm 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 dort können wir mal hin jetzt zum meister der feuer magie und ich zeige euch nur das und dann gehe ich noch zu diesem fahrenden händler kauf mir proviant und hier mann tränke deswegen wir können nicht allzu viel hier ausgeben so meister das reicht mehr können wir nicht ausgeben wir können natürlich noch ein bisschen was verkaufen ohne zweifel bringt ein bisschen was aber auch nicht so viel so dann schauen wir noch mal rein halt hier sind so feuer magie im spiel kommen wir jetzt nicht mehr weiter also werden wir feuer magie weiter steigern bis zur meister stufe weil der haut ganz schön rein mit seiner feuer magie finde ich ich bin nicht so der ich bin so ein bisschen der der steigert und spezialisiert manch einer der verteilt dass er oder in skyrim ist es so dass jemand praktisch alles kann ich mag das nicht so ich möchte dass man sich auch schulen irgendwie spezialisieren können er ist bei skyrim fast nicht möglich so licht magie werden wir dich steigern du bräuchtest den experten experte aber jetzt leider nicht schild könntest du natürlich auch und kriegsführung nach dem ist es so viel gesteichert werden ein punkt hast du noch den geben wir in ich würde es gerne in grundabwehrschance ist natürlich ja nicht schlecht nee wir gehen sie rein wir geben sie rein gut ach so wir müssen noch reparieren hier müssen wir zum schmied hin der ist ja auch hier in der nähe du dich ja luft magie könnten wir dann würde dein weil dein blitz ist gar nicht so schlecht wenn ich deine knistern blitze die könnten ruhig ein bisschen noch und du noch sie steigern magische dunkel magie wasser ne wir tun mal wassermagie weiter steigern gut damit wärs das ne das ding war für die katz gekauft flüsternde schatten ihr spürt das vorhanden sein von geheimnissen noch nie benutzen ach so wir wollten ja noch warte mal wir gehen mal ist hier irgendein also erst mal zum rustmeister wir wollten ja noch zauber kaufen ne so reparatur alle gegenstände reparieren wahrscheinlich wenn wir jetzt reinkommen wer die nächste so jetzt werden wir erstmal den ganzen müll hier verkaufen das bringt uns ja ein bisschen was ein also dem ist unser inventar dann nicht mehr so voll was sind das spiel so spiel haben wir doch aber schon oder es ist dasselbe wir haben einen der ist besser geringfühlt besser aber besser damit hätten wir 2000 das ist doch mal ein wort das ist doch mal ein wort 2000 ist ein wort meister mit dem spieler ja ja was ist mit dir hier nix nix zu sagen ähm ja wir müssten noch meister mit der armbrust brauchen wir nicht meister beid händig experte verschwert leichte rüstung zwei waffen arkane disziplin wasser luft mystik mystik schauen wir noch mal rein unsere fertigkeiten spieler haben wir okay der ist erstmal licht magie können wir hier auf experte experte in licht magie haben wir hier irgendwo meister der licht magie astronomen waffenhändler eine kutschfahrt experte der dunkel magie entschuldigung mein freund dunkel 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 du bist schon experte entschuldigung war nur mal nochmal beim experten der licht magie experte für luft wasser primär arkane keine lichtner das ist ja traurig experte im spielkampf ausweichen astronom meistner meister okay dann wo was wollen wir noch machen ach so wir wollen mal zum runen händler runen und künstler gehen wir mal rauf kurz okay moment vielleicht können wir ja bei dem was identifizieren bräuchten also ein experten im licht aber dann müssten wir schon wieder nach sorbical reisen ja gut ich muss sowieso noch mal hin ähm was wollte ich ausrüstung bestimmen das geht's meister mit armbrust ne ne das kaufen wir nicht das kostet uns nur richtig da halt moment ähm ja ja 10 10 ist gut 10 ist gut aber die brauchen teilweise gar nicht so große wie viel kosten denn jetzt hier fünf stück boah ist ja wahnsinn oder wahnsinn ist ja der absolute wahnsinn ne ne den hole ich mir doch vom fahrenden händler da hole ich mir ein bisschen kleine noch äh 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 was wollen wir noch achso wir wollen noch mal schauen was das war hier jo 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 ist jetzt nicht jo ist jetzt nicht so das der bringer oder ne gut so wir sehen oder wir wartet noch mal eins kurz noch schauen äh fertigkeiten hier haben wir noch luftmagie erdmagie könnten wir ausweichen brauchen wir nicht ausdauer würde ich noch gerne machen maximale lebenskraft äh dunkelmagie primärmagie ja ich weiß immer noch nicht was ich mit primärmagie anfange was was macht der mit primärmagie ach die in lau zauber in zweien das ist der hier ne das primär mit magie hm ja ist auch nicht so schlecht ne aber ne wir steigern lieber das hier weiter bis zur meisterschaft gefällt mir jetzt besser auf alle fälle also bräuchten wir eigentlich nur die lichtmagie erst mal ne genau lichtmagie auf äh experte ok so dann sehen wir uns wieder jetzt wirklich in der verbotenen Stadt oder was immer das ist ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020